Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Battlefield 4 Echt? Ja, mit dabei ist wieder Konsti Aber aus irgendeinem Grund haben die Trottel mich zum Tings gewählt Safety Spiele ich MG oder? Spiele ich MG oder Versorger? Ich bin Versorger Ich glaub ich hab mit Abstand den Geist in Spawn Ja, Konsti Ah ja Ich hab mein geiles Kohlefasermesser naana Nyot Ich hab die Du schießt im Moment, wenn du realierst, bist du gefickt. Das ist immer ein schöner Moment. Vor allem, weil dein Pilot einfach rausspringt. Ups, ich habe vergessen, das Video zu veröffentlichen. Ach, jetzt back up. Ja. Kein Problem. Wir haben gerade ein, das Team Charlie localisiert. Das Team Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Nein, 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 nein. Ich nehme D ein. Ich habe den falschen Panzerwagen deutlich deiner jetzigen Position gesichtet. Ich kann doch die Schlage immer kennen bekommen. Wir haben einen ACW-R-Pack bekommen. Niemand braucht Feuerlöscher. Wir haben einen Schuss. Hast du zufällig auf den Typen geschossen? Nein. 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 Das wäre ja blöd. Genau. Jetzt wird gemörsert. Oh Gott. Hier und ich habe den Gegner nicht zugeholt. Hier sind deine Kugeln. Na ja. Kannst du ja nicht voll viele Leute im Wasser töten. Ist eh dein Auftrag. ARD Text im Auftrag des WDR Ich habe auf ganz D gerade mal aufgeräumt. Ich nehme es gerade ein. Wir beschützen gerade A. Kommt einer, der BMP schießt drauf. Und ich fange auch einmal los, uns ballern. Und wir haben Kontrollen im Bereich mit dem Schaden. Ganz Schiff mit Schaden. Warten im Anzug. Ich jag gleich das Gebäude in die Luft. Welches? Ja, es piepst gerade die ganze Zeit hier. Einsatzziel Delta wurde neutralisiert. Ich kann es aber gerade nicht sagen, woher es kommt. Könnte man ihn gebrauchen. Ich bin bei A. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Delta. Wir müssen gerade warten, bis der Hedisch fertig ist. Wir können wohl erst sehen, dass die Hedisch kaputt ist. Ich kann wohl erst sehen, dass die Hedisch kaputt ist. Ich bin Pops in D. Ich bin gleich raus, ich bin draußen. Ich bin unterwegs, Gunstin. Ich wusste, ich habe jetzt schon extra meine Waffe auf Einzelschuss gestellt. Ich habe die Muni gespare. Ich bin unterwegs. Ah, meine Rettung. Jawohl, Muni. Ja, ich bin wieder voll. Nice. Nee, sie ist gut. Ich habe die Medizin. Munition. 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 Hier ist deine Munition. Kommt in der Ruhe. Ich bin wieder auf eurem Gefallen. Los, los. Alle sind hier festgeleitet. Ich bin selber klar. Diese alle, ich weiß nicht, ich komme an. Jeder von uns ist, Gott kommt einfach zu mir her. Hast du Milchsohn? Ja. Das ganze Zoom auf der Art gar nichts. Hier ist deine Munition. 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 Jetzt füllen wir! Ich bin tot! Sieben drei hab ich. Geht schlecht. Guten Tag, ich mache einen schönen Spaziergang. Was ist schon wieder? Nix von dir, nix von dir! Alter Falter! Ich habe leider keinen Scheidern. Da kommt nicht einer. Achtung! Unsere Systeme feiern aus! Hier oben! Eingang zu Chani! Wollen wir nicht! Hier liegt Moni! Hier liegt Moni! Vorsicht, Granate! Dichter Fingern! Rechts ist das Gebäude. Runter gefallen, weil es eingestürzt oder kaputt gegangen ist. Wurde direkt zerstört. Alter! Plötzlich! Nate! Alter! Ich sehe die nur von meiner Nase fliegen. Bei beiden Gedanken! Alle beide springen weg! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Ja, du schneidest direkt in meinen Schussfeld. Du hast eh überlegt. Kam von überall. War nicht machbar. Boah! Ich könnte das gemein mit Serbo auch sagen. Mach's nur nicht! Alter! Die Flieger! Der Pfarr ist nicht zerstört! Ich muss da erstmal mit der Steuerfung wieder klarkommen. Ich muss da erstmal mit der Steuerfung wieder klarkommen. Wir sind dauernd gegangen. Halt! Ich kann sogar fahren. Was? Was? Auf! Drei! Eins! Zwei! Drei! Was? Okay, ich hab für erstmal kurz nichts. Du bist jetzt als wenigstens gescheit'n Gunner dran. Ich hab Sichtkampagne zu befeindlichen Kraft! Erstlich veränder, dann geht's ja! Dann musst du jetzt landen. Läuft das schon. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Oh! Dankeschön! Pfff! Das war knapp. Ich kam mit der Maus grad nicht da, weil es immer hoch wohnt. Der ist immer nur... Ich weiß nicht, was da auf mich die ganze Zeit schießt. Guckabre! Guckabre! Ja, siehst du auch. Ja, siehst du auch. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Faserjäger! Festlich in der Provision! Bist du mal nachher! Bist du mal nachher? Bist du mal nachher! Ja, das stimmt Ah, das ist die scheiß Rubehabe Ach du scheiß Rubehabe Östlich von dir scheiß ein feindlicher Schwachschütze zu sein Wir haben gerade einsatzliche Traumarten bei dir Ich bin im Wasser drin Der Herr der Juhn ist bei mir Sauber Hier ist eine Munition Fack Das Ziel wir brauchen die Verstärkung Dann Ein Powerbeflug hier Aber mag mich da jemand nicht so sehr Ja Eine gewisse Person Kann ich nicht join? Hast du runter geholt? Ja Über uns ist deine feindliche Drohne Ich habe mich gerade die ganze Zeit verfolgt Und dann habe ich einen schlechten U-Turn gemacht Und die von unten her abgeballert Mein Fahrzeug muss repariert werden Ja 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 Ich habe einen feindlichen Pasta hier gar erst nicht von dir gesichtet Wir sind schon auf C Nein Ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen Soldaten In der aktuellen Stellung Ja Kommt da das zu dir Ich brauche hier Feuerunterstützung Auf der markt Ja Ich brauche hier Ich brauche hier Auf der markt Diese Scheiss Was hat da immer alles? Du musst mit mir und den Herr der Junde einfach auf die Insel kommen Pfff Das ist schön Das ist schön Da ist ein feindliches Fahrzeug Fertig von dir Das ist vielleicht für uns Mal wieder haben wir die bösen Muskeln weggeschaut Ja 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 Aber ich weiß nicht dass alle Böse sind Ja Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Hau uns rein Hau uns rein